Hallo, hallo, hallo. Ich stehe hier neben meinem Boxsack. Da ist er, der Boxsack. Ich mache heute Workout im Keller und das seht ihr nach dem Intro. Das geht so richtig ab. Pass auf. Das geht so richtig ab. Das geht so richtig ab. Das geht so richtig ab. Das war mein heutiger Sportvlog. Das war mein heutiger Sportvlog. Am Schluss mit Boxen. Hat Spaß gemacht. War alles gut. Also jetzt ihr auch. Ein bisschen Workout oder geht laufen oder irgendwas. Rund auf dem Sofa. Sport machen. Sport, Sport. Ein bisschen ist immer gut. Also bis zum nächsten Mal. Cheerio mit Sophie. Tschüss. Musik. 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 Vielen Dank.